Ich bin gespannt auf die spannende Story jetzt. Die packt mich null. Hä, das kann ich ja gar nicht verstehen. Aber wir stehen einfach hier. Das ist auch gut. Ach so. Ah ne, wir kriegen jetzt bestimmt einen coolen Funkspruch rein. Ey, ey guck mal hier, guck mal hier. Du kannst jetzt deinen Sniper gegen männliche oder mannliche austauschen. Fürs Erz nicht mehr gereicht. Okay, pass auf. Sequenz. Rotfuchs an Mutterhenne, Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Nein! Oh, oh. Piloten samt Luftaufnahmen finden. Außerdem Flugzeugwrack zerstören. Ende. Hab verstanden. Ende. Vor allem ganz ehrlich, wenn man sich schon so Codenamen gibt, ja, warum denn Mutterhenne, Alter? Ja, warum nicht, ne? Also, ich würde mir irgendwie so coole Namen geben, irgendwie so, weißt du? Vor allem, wenn ich schon irgendwie was wie Hauptquartier hab, würde ich alles nehmen, was nichts aufs Hauptquartier hindeutet. Also, was Mutter im Namen hat, ist eigentlich schon so ein Hinweis auf, das ist wichtig. Naja. Nein! Ja doch. So ist es. Ich will den nicht hören. Lassen Sie auf. Ich habe einen Informanten. Hm. Weit oben in der Nacht. Vielleicht sind es ja Nebenquests. Kann man ihm trauen? Nun, bisher war er stets eine verlässliche Quelle. Angeblich gibt es ein größeres Munitionsdepot in der Nähe des Viadukts. Oh, meint es, da kriegen wir Unterscheid-Munition? Hm. Da fragen sie noch was an der Frage. Ja, was denn jetzt? Oh, der Sound. Okay. Ja, siehst du, das ist eine Munition. Dann lass mal machen. Alter, Reden auf R. Was ist das? Sie haben mich schnell an der Burg gefunden. Ja, echt so. Das stimmt. Das kann man sich anders sagen. Ist ja komisch. Ist es das, was Sie wollen? Sie testen. Probieren Sie es. Nicht mal probieren Sie es, haben Sie unten hingeschrieben. Nein, da suchen Sie es. Es hat viele unserer Leute getötet. Und wenn die Alliierten kommen, wird es auch viele Ihrer Leute töten. Warum haben Sie es nicht selbst außer Gefecht gesetzt? Alter, ist schon auch kein Satz, ne? Betreiben Sie es als Herausforderung. Doch, der hat das. Wow. Also, ich habe noch nie so tiefgründige Gespräche geführt. Nein! Oh, oh! Das ist ja noch einer! Der, ähm, Scharfschütze. Ja, wir kommen hier hin. Zu viert! Zu viert! Ah, du bist leer! Nee, Digga! Ist so, als würde ich zu zweit auf die Regie gehen. Wer warst du noch mal? Boah, ich komme gleich drauf. Und, äh, was ist mit Ihnen? Töten Sie auch nur die Bösen? Aber ja doch. Alter, die Lache. Richtig, der Schmierkopf. Auf jeden Fall richtig authentisch auch. Ah, ja, absolut. Habe ich ihn auf jeden Fall abgekauft. Bitte, bitte geh jetzt da, dass wir ins Dings reinkommen. Ey, komm, wir haben jetzt ein paar Nebenquests bekommen. Wie sieht die Karte aus? Ich verkaufte nicht noch ein Gespräch. Wo sind wir denn überhaupt? Mustafa, komm, bitte. Ach so, es geht doch gar nicht los, lol. Komm, bitte, ich bin hier weg, ich kann nicht mehr. Leute, du kannst hier nicht weiter, das ist nur die Paravent. Stark. Oh, Sigmund, ein Gewehr. Äh, ein Gewehr, safe. Eine Kanone. Ja, in dem Sinne schon ein Gewehr. Ja, ein bisschen größer. Boah, das erinnert mich ein bisschen an meinen Factorio-Aufnahmen, ne? Weißt du noch, wie diese ganz große, ähm, Zug, die ganz große Zugkanone hieß? Weißt du das noch? Nein. Schwerer Gustav hieß der. Ne, echt, der ist ein schwerer Gustav hieß der. Aber, ich habe ihn bei mir genannt, Dicke Bertha. Weil es der andere Name davon ist. Und da habe ich echt einmal einen Kommentar bekommen, der meinte so, hm. Das ist aber eigentlich der falsche Name. Nee. Wollte aber nicht glauben. Ja, Dicke. Hält mich mal für dumm dann. Hm. Ja, weil wir es selbst versuchen oder nicht? Weil irgendwie sehe ich das nicht so ein. Lass mal nach links gehen, irgendwie... Was ist eigentlich die Hauptquest? Die ist ja dann hier Sprengleitung platzieren, ne? Ja, aber es ist das Flugzeug. Dann lass es nach links gehen. Komm, wir gehen über links, dann können wir nämlich alles drum rum machen. Und dann... Deutsche Checkpoints geräumt. Ich finde es auch gut, dass da die Vergangenheit geräumt steht, nicht räumen. Oh, gu... Uh! Ey, wir haben Unterscharf-Munition übrigens. Also, wir könnten theoretisch. Also, ich habe es zumindest. Ich habe aber was zum Übertönen. Also, ich kann endlich mal ballern, ohne dass die Leute das alle mitkriegen. Klar, das Ding ist auf jeden Fall lauter als das Gewehr. Ja, safe. Okay, ich sehe sie halt echt nicht. Sie sind halt im Haus und hinten im Haus. Schade aber auch. War nur ein bisschen laut. Ja, offensichtlich übertönt. Die ist echt nicht interessiert. Ist ja lächerlich. Oh, ne. Wollen wir, dass ist noch einer irgendwo im Haus? Ne, ich habe der ist unten. Alter. Ey, die Steuerung macht mich fertig, Junge. Okay, die ist im Haus tötig. Was war das? Was war das? Hi. Ja, perfekt. Hat ja niemand mitbekommen. Ey, wieso habe ich es gehört? Ich bin noch am Suchen. Ey, wieso habe ich es gehört? Ich bin noch abgestochen. Hallo. Dann such du mal. Oh, Entschuldigung. Hallo. Oh, hoppala. Hey, das finde ich nicht nett. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat sich den erwischt. Wo wird denn der hin? Oh, der ist geil geetet. Ich muss mich um den Kontrollpunkt kümmern. Oh, hallo. Sie da hinten. Ach so. Kopfschuss. Ach so, ich kann nicht durch den Gruppstallzaun schießen, aber die. Okay, hinter uns sind auch ein paar. Okay, das war wieder richtig, richtig umgesetzt. Ja, keine Ahnung, ich habe ihm abgestochen, aber irgendwie hat er entweder geschrien oder hat mich gesehen und keine Ahnung. Ich war auch kurz umstehen, also ich habe es noch ein bisschen verkackt, was das angeht. Aber trotzdem, dass da letztendlich alle an den Arm geschlagen haben, fand ich schon ein bisschen übertrieben. Das wird es den Nazis ein wenig schwerer machen. Ui, die machen jetzt aber gut Schaden, ey. Das muss man mal sagen. Alter. Ui. Ja, vor allem, dass man die Killkampf im anderen sieht, ist halt immer so ein bisschen traurig, weil dann ist das alles so ein bisschen, naja, erschreckend immer. Ja, ich habe nur den Wache eingesackt. Wollen wir mal kurz heilen, ich bin fast tot. Ich habe richtig den gedimpften Sound auch. Ach so, schlimm also. Mhm. Ja, wo sind denn die ganzen Leichen, die hier waren? Mhm. Oh Leute, ich habe ein WhatsApp vergessen auszuschalten. Naja. Ja. Ja gut. Ich fange hier jetzt mit dem Motor übrigens immer noch auf der Entfernung. Ist das schlecht. Okay, Leiche durchsuchen. Sonst nichts. Boah, bis TNT gefühlt ein Goi. Ich werde mal wieder keine Muni ziehen fürs Karabiner. Danke dafür, Game. Echt? Ich bin da voll. Hier sind noch ein paar Kekse, aber die mal auf. Die Kekse sollen ja mal Karabiner Mun geben. MP Muni ist ja, was will ich damit? Ist tot Muni. Alter. Warten sie auf mich. Sir, bitte bleiben Sie stehen. Die habe ich mich schon gehört. Hä? Huch. Ui. Warum war das jetzt noch so besonders? Das war so ein ganzes Mal Headshot eigentlich. Und der war natürlich unbesonders. Ich geh mal ganz kurz da hingucken, was das so schönes war. Ein Brief an die Heimat. Schön. Also diese Motoren, die auch überall alle exakt gleich aus denen so rumstehen. So komplett random, weißt du? Ja. Dann dir. Schwierig. Tja. Übrigens, hier ist was für dich. Hier ist eine Kiste. Soll ich dich mal durchs Suchen oder willst du machen? Weil vielleicht ist Munition drin. Ich. Bitte. Ich habe jetzt insgesamt 13 Schuss für das Karabiner. Der Kontrollpunkt muss verschwinden. Ah, wies. Das war mal ein Kontrollpunkt. Das war mal ein Kontrollpunkt. Was war eine Kiste Inspektion? Das ist das. Oh. Oh, das ist das hochgegangen. Ja, das ist einfach hochgegangen. Ja, da war übrigens ein Motor. Ja, kannst du mich bitte aufheben? Ich war noch im Leichen looten. Danke dir, Digga. Die Prioritäten muss man halt mal setzen. Mhm. Merke ich schon. Wow, ich bin wieder fast tot. Toll. Brauchst du Heilung? Ich kann nicht heilen, bitte. Nee, ich hab noch Heilung. Nee, man kann dich nicht heilen. Kann ich was fallen lassen? Geht das? Nein. Egal. Weil ich hab noch irgendwie 3 Verbandskästen, 2 Verbände. Achso. Warum fragst du dann, du Kek? Ich sag dir nicht die Frage danach, sondern ich bin quasi schon wieder tot. Hm. Du musst du ja wissen. Ich bin ja ne Granate. Ich steh vor ihm mit ner MP. Schieß ihn ins Gesicht. Steht da, übertönt. Achso. Ah, ich muss ihn mal kurz heilen. So, was ist jetzt hochgegangen? Ha, wer nach links guckt. Hm. Wow. Da hab ich mich auch ein bisschen erschrocken. Ja, mein ich ja. Wenn man so randomly Killcam so kommt, ist, man ist nicht so vorbereitet. Nee. Kannst du mal die Arbeit machen? Ich loot dann mal, ne? Ja. Ist okay. Aber irgendwie braucht man immer noch nicht wirklich safe vorgehen. Also auch, man muss auch nicht irgendwie aufpassen. Der Schaden... Der Schaden ist schon deutlich mehr, finde ich. Aber... Ja, aber es hat irgendwie noch... Also gefühlt, im Multiplayer spielst du auf normal, wirst wegrasiert von allem. Das müssen wir mal auf angepasst spielen. Weil ich glaube, wenn wir auf Hardcore gehen, kriegen wir diese Zielhilfe mit Ausatmen nicht mehr. Und dafür fände ich die Scopes irgendwie nicht geil genug, um ohne das zu spielen. Ja, vor allem, weil es ist auch teilweise irgendwie so richtig komisch. Das weiß ich nicht. Hier gibt's nichts mehr zu erfinden. Aber vielleicht auf angepasst, dass man die noch härter stellen kann, aber halt trotzdem immer noch diesen Zoom hat. Nee, angepasst war nicht noch härterstellend. Angepasst war irgendwie, wenn du's andrückst, dann ist das einfach so. Keine Ahnung, was da genau passiert. Wir sind mehrere Gegner, die uns noch nicht gesehen haben. Wir können's mal einmal probieren, auf schwer zu spielen. Vielleicht ist es irgendwie so noch schwerer. Ich muss es zerstören. Alter, wie viel Zeug hier rumliegt. Ich glaube, alles ist unnötig. Auch so diese Extras. Wir haben hier wie Granaten, S-Minen. Also wir könnten ja schon was tun, aber... Du hast ja einen Panzerwagen. Den hab ich ja gar nicht gesehen. Dieser Panzerwagen war als nichts Gutes. Ich sollte mich darum kümmern. Oh, lol. Das ist schwierig. Ich hab grad weggerückt. Oh, lol. Ich dropp das einfach. Was denn? Ach, TNT ist ne Falle, lol. Ich dachte, das wäre was zum Werfen. Na, ist es auch. Jetzt auf einmal. Gut. Okay, ich hab den Fahrer zumindest mal gekillt von dem Auto. Okay. Schade aber auch. Ach, der ist wieder hinter nem Krumpfstahlstein. Alles klar. Krumpfstahlstein. Digga, er sch... Sein Kopf guckt aus diesem Ding raus. Ich schieße auf seinen Kopf. Ne, Digga, der Stein fängt es ab, obwohl es voll in seinen Kopf ging. Boah, irgendwie hab ich das Gefühl, das ist mir schon letztes Mal jetzt irgendwie aufgefallen, die Sounds sind irgendwie nicht so gebalanced, hab ich das Gefühl. Aber dir fallen immer nur negative. Das meinst du nicht. Nein, die positiven sage ich ja auch, wenn welche da richtig krass sind. Wenn welche da richtig krass sind. Meinerweise spreche ich die auch wirklich anders. Ja. Okay, explodiert das Auto. Geh da weg. Wie ist das Auto? Rechts von dir. Hier finde ich nicht. Ich hab das Ding manipuliert für die Explosion. Geht das nicht hoch? Du musst entweder drauf schießen oder einen Zeitzünder ansetzen. Versuch mal hier nochmal. Leg mal einen Zeitzünder dran. Also erst das Ding dran und dann eine Zeitzünder. War nicht schlecht. Weißt du was? Wir machen jetzt mal eine gute Sache und beerdigen die Leute. Ich nehm mal die Mine. Achso, jetzt wo ich den Jieten will, dann hebt ihr den auf. Dann legt ihr den ganz mal hin. Loll! Hebt mal die Leiche auf und werft die mal auf den Truck drauf. Also weiß ich jetzt nicht, du. Äh, ich wei... Also... Da fällt mir nicht zu ein, du. Okay. Das sollte den Widerstand das Leben etwas erleichtern. Gut. Ich hab keinen Bock zu looten, ich geh jetzt weiter. Ja. Ich wüsste auch gleich, wofür ich looten soll. Ich hab genug Munition, reicht mir. Naja, das ist bei mir tatsächlich ein bisschen knappig. Weiß ich nicht warum, also irgendwie... Vielleicht weil du die ganze Stadt Munition mitgenommen hast, die es irgendwo gehabt und ich nichts bekommen habe. Nö, bei jedem Lager liegt ganz gut. Ich wahrscheinlich einen, du nicht? Ja. Uh, da vorne. Da wollte ich auch grad drauf schießen. Ja, der war schlecht, der war unsauber. Weißt du, das hören die nicht, weißt du? Aber wenn wir hier ein Messer irgendwie kurz gesehen werden, eine ganze Karte alarmiert. Mindestens. Bitte, lass dir doch mal Munition sein für mich. Guck mal, guck mal, was die auf dem Tee sind. Guck mal hier. Guck mal, genau hinter dir. Warte mal, das ist ein Sniper, der sieht mich. Geh mir mal gerade ganz kurz, bitte. Das ist ein Sniper? Ach so, auch wieder irgendwas mit Kruppstahl hier in der Gegend. Ja, danke dir, Game, danke. Ja, der Sniper kann nicht gekillt werden, weil mein Scope irgendwie in 5 Millionen Richtungen scoped. Hä? Okay, ich hab den irgendwie auch nicht wirklich gehittet. Oh, ich bin fast tot. Sag doch was. Ja, Schaden macht der auf jeden Fall, der Mann. Aber geil, dass man ihn selber wieder nicht kennen kann. Oh, da kommen wir mal raus. Game? Hallo. Junge, wie sehr soll ich der noch auf dem drauf sein spiel? Ja, okay, ist wieder irgendein Kruppstahlgerät in der Luft. Verarsch mich doch nicht. Digga. Ja, ich scope dran mit diesem Leertaste-zoom. Ich bin auf ihm drauf, aber das Game sagt mir nur orange. Ich würde ihn nicht treffen. Ich treffe ihn auch nicht. So, like, hey? Na, schwierig. Siehst du übrigens das Ding hier, wo ich gerade hingucke? Guck mal, diese Tische läuft da mal vorbei. Da. Ja, und? Da liegt meistens ganz viel Equipment. Ja, da liegt wieder nichts, was ihr brauche. Ja, aber an solchen Tischen liegt auch oft mal Munition bei und da habe ich das meistens hier. Ja. Ja, da liegt auf jeden Fall nicht das bei, was ich... Oh, das sind Dings, das durchsuche ich gleich. Ach man, irgendwie ist die Position noch kackeweise nicht. Ja, irgendwie sind 5 Millionen Kruppstahl-Sachen in der Gegend, die einfach alles hindern. Ich kann hier nicht richtig schießen von der Ecke aus, weil irgendwas... Was meinst du denn mit Kruppstahls, ohne Witz? Was ist denn Ihr Gewicht? Ich... Das sind Hindernisse. Ich kann durch Sachen nicht durchschießen. Es ist so, als ob hier unsichtbare Wände wären teilweise. Ach so. Das ist wie ein Sound. Ja, zum Beispiel. Aber ohne, dass da irgendwie was ist, wo man sagen könnte, ja, das wäre wirklich hinderlich. Ja, kenn ich. Alter, ich habe ihn getroffen. Er rennt einfach weiter. Kurz gestolpert, er rennt weiter. Ich werde sterben. Ach ne, okay, ist okay. Da war eine Nate, die ist genau auf mir gelandet. Ich dachte, ich werde sterben, aber... Ich muss mich jetzt irgendwann wieder heilen mit dem Verbandkasten. Die macht nur ganz kurz klack, dann ist die weg. Aber die bewegt sich auch kein Millimeter, die Keks da hinten, ne? Oh, hallo, Funka. Ey! Nice! Das ging in die Eier. Ich habe zwei Achievements bekommen. Musst ihr alle kriegen? Der Nussknacker, Autsch. Hey, ich habe doch schon öfter auf die Eier geschossen. Warum kriege ich denn das jetzt? Ich kann das auch wieder nicht nachgucken als Achievements. Klassiker. Was war das jetzt? Setze einen Feind aus dem Gefecht und schieße ihn dann in die Hoden. Ah, lol. Also mehr Strafe kann es gar nicht geben als das. Erst aus dem Gefecht und dann auch noch die Eier weg. Miese Prise. Diese Dinger hier, sowas wie hier, was hinten drauf ist, müssen wir den einfach zerstören? Warum ist da so ein spezieller Kompass drauf? Könnte durchaus sein. Ich würde sagen, der Luftjagen reicht, oder? Ein kleiner Bunker. Ich kümmere mich darum. Na gut, nichts wie weg. Und ein Timer. Und ich gehe raus. Lol, Alter. Ich dachte gerade auch, uff. Wir werden nicht mit rechnen, na? Immer so. Geh mal nicht dahin. Oh. Wieso nicht? Hä? Hä? Jetzt ist mein TNT weg. Wo war das denn? Ach da. Ne, hä? Hä? Wo sie es sind? Das ist an mir abgepracht. Ach da. Lol. Das liegt hinter dem linken Reifen. Hä? 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 Lol. Jetzt sterbe ich auch noch hier. Du Kek. Weil hier immer noch was am Explodieren ist. Ja. Da. Also. Weiß ich nicht, du. Schwierig, du. Was ist denn dein TNT? Hinter dem linken Reifen irgendwie. Sollte zumindest. Ich leg da mal ne Teller an mir. Ich schieße da weiter drauf. Höh? Ich weiß, ne? Hä? Warte. Schieß mal nicht, schieß mal nicht, schieß mal nicht. Was ist mit dem Ding? Okay, ich kann sie wieder aufsammeln. Keine Ahnung. Ich konnte nicht drauf schießen. Und ich habe sie nicht gesehen. Ist ja wild. Komm hier. Richtig schön, Freund. Dann, dann, dann so. NULL! Ich werf die Dane drauf. Die fliegt erstmal voll, also prallt ab und voll in die Decke. Hm. Save. Eigentum der deutschen Wehrmacht, ja. Es ist traurig. Es ist der Ding, wo ein Hitlerzeichen würde ich schon sagen. Der Ding, wo ein Hakenkotzer so ist. Ist hoher schnüterabel. Ja, traurig. Voll die coole Chiller-Position. Ja, ich habe ihn einfach gekillt. Guck mal, er hat ein cooles Baumhaus. Das liegt darauf, er hat eins. Das sind übrigens drei Leute. Hm. Deswegen. Ich überlege, da was reinzuwerfen. Ich überlege, da was reinzuwerfen. Leih, wie eine Signalpistole. Reich gefächert. Boah, die würde ich gerne benutzen. Schieß mir eine Signalpistole da drauf. Pass mal auf. Die sind tot, die drei. Stark, oder? Ich hätte sich auch umschießen sollen. Keine Ahnung. Aber es war jetzt irgendwie so. Ich habe beide seine Eier zerschossen. Okay. Und das war jetzt so schlimm? Ja. So ein bisschen. Wir haben einen Schmerz. Nee. Der Schiff war, deine Eier werden zerschossen, Alter. Ja. Also ich sag mal so, viel schlimmer ist, wenn du dann noch überlebst. Nein. Das ist nicht. Ach, keine Ahnung. Warte mal, bevor wir jetzt hier was machen. Wir sollten vielleicht nicht hier hingehen, weil wir schon wieder beim Hauptziel sind. Man kann ja wohl die Brands schon killen. Alter, ich habe hier jetzt zwei Mal geschossen. Warum lebt ihr denn noch? Ey. Weißt du, was schießen wir hier? Für ein Kaliber. Nichts. Plastikpartner, was? Nee, komm, lass mal ganz, was komplett aus dem Raum gehen und nochmal die anderen beiden Ziele mitnehmen. Ist ein Sprint, aber hey, bevor wir sie wieder auslassen, ne? Ja, ich brauche nur mal wieder Munition. Alter, was ist los mit dir? Wir können eine Abkürzung gehen, da links ist eine Straßenverbindungsweg. Ich folge dir. Ja, ich habe neun Schusschen Karabiner. Also neun Kills. Ja, aber ist denn nur neun Schuss? Ja, ich habe noch so 33. Ja, keine Ahnung. Was für ne Waffe spielst du eigentlich? Karkano. Ah, die. Die habe ich irgendwie ange... Ja, die heißt so, Junge. Du hast gefragt, was heißt ihr... Ah, ja, die. Aber klar, ich hatte jetzt irgendwie also gedacht, du sagst so, ja. G43 oder so, dass ich sagen kann, ja, Digga, habe ich mal gehört. Bitte, das zeigt Munition, darf ich gut sein. Acht Gewehr Munition. Okay, acht Gewehrs mehr. Ne, ich wollte schon sagen, jetzt hast du noch einiges. 17 Schuss ist viel. Loll, der schießt schon auf mich. Oh, hier war alles... Oh, hier war gerade komplett voll. Geil. Jetzt habe ich voll. Ey, was wird denn hier geballert? Wieso sehen die mich alle so krass? War ich so offensichtlich? Ja. Boah, jetzt habe ich mich halt geschaut. Also ich frage mich auch nach, was vom Prinzip das Spiel aussucht. Welche Kills, besonders welche nicht. Das ist ne echt interessante Frage. Weil manche Sachen, wo ich mir denke, ja, okay. Der war jetzt irgendwie lame. What's? Aua, lol. Schüsse Auge. Der hat Auge gemacht. Der hat Kieferfaxen gemacht. Du, ich sag mal, eine Sache, dann ist die Heilung auszugang tatsächlich. Also Schaden machen sie schon ganz gut. Das ist auch wieder das Einzige irgendwie. Jetzt wie bei jedem Spiel, ne? Es wird schwerer. Nein, die machen einfach nur mehr Schaden. Ja, ich hätte irgendwie auch ein bisschen... Da bin ich mir nicht sicher. Weil wir haben es nicht die Stealth versucht. Vielleicht ist da auch ein Unterschied. Ja, aber man kann das Spiel auch gar nicht in Stealth versuchen. Doch, ey. Es geht ja nicht mal, du... Es wird ja alles gehört. Du spielst ein Sniper-Spiel, aber kannst deine Sniper nicht benutzen, weil du keine Ultraschall-Munition kriegst, gegeben. Und weil nur alle 5.000 Jahre mal ein Flugzeug vorbeifliegt, dass du einen Schuss übertönen gehst. Ja, aber ich... Wenn mal eins kommt... Und wenn du mal eins hast... Oh, hier ist die Artillerie. Oh, lol, du hast recht. Ja, dann kannst du irgendwie auch nichts machen. Weil so schnell kannst du gar nicht reagieren, um... Umzuschießen. Fühlst du diesen starken Impact. Also, dass du die keine Ultrasch getan hast. Diese Artillerie, der nicht vorhanden war. Ja, ich habe schon ein bisschen Respekt gerade. So, es ist ein Zwilling. Ah, wie bei Call of Duty. Weißt du, rechts erstmal Punkte, 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 Punkte. Wofür überhaupt? Äh, für diesen Rangausstieger. Ja, ne. Ja, das meine ich halt nicht. Ich meine... Könnte ich nicht irgendwie so... Keine Ahnung... Ich finde es immer zu viel. Du machst einen Kill, kriegst du irgendwie sechs Sachen, die du da gemacht hast. Weiß ich was meinen? Ja, ich weiß was du meinst. Ja, da schießt man, Digga. Da geht irgendwie das Besondere verloren. Weiß nicht. Bei Call of Duty, wenn du eine Medaille kriegst, es juckt keinen. Oh, oh. Da ist gerade so ein Signalfackel. Genau auf mich draufgefallen. Machst du nix, ne? Doch, renn. Ich sehe sie. Ich treffe sie aber nicht. Also sie stehen! Ich sollte mal gleich ein paar Leichen durchsuchen. Ich bin langsam echt mit der Heilung im Arsch. Oh, hier liegt da gerade einer. Praktisch. Neue MP-Munition. Ein Verwaltzkasten. Ja, praktisch. Ich weiß nicht was du hast, ich krieg mal das, was ich brauche. Ich habe auch drei Kästen. Und jetzt habe ich auch wieder Munition. Lungentreffer. Da sind aber schon viele Leute hier, muss ich zugeben. Äh, warum sind wir eigentlich hier hinten? Wollen wir nicht... Definiere hinten? Wir sind gerade bei der Main-Story, ne? Da müssten wir hin. Aber das ist doch die Main-Story mit dem Stern, oder nicht? Ne, das Eisenbahngeschütz ist noch Side-Quest. Das, wo wir gerade sind, ist die Haupt-Quest. Nein. Primär-Ziel, demoliere das Eisenbahngeschütz, du Kek. Das, wo der Stern drauf ist. Fragezeichen sind Zusatz-Quests. Echt? Du drück doch mal auf dem Map-Tab. Du Kekko. Oh, sorry. Naja. Naja, egal. Ähm, ey, ich war richtig traurig gerade. Ich habe gerade einen hohen Treffer gemacht, der keine Krieg hinbekriegt. Na, ärgerlich. So ein bisschen. Wofür mache ich die denn? Oh, dass die keine Kinder mehr kriegen können. Ich glaube, das ist das gewünsste Problem, was die danach haben. Er ist gestolpert. Eingeweidetreffer. Tschüss Kiefer. Das sind aber echt viele Leute, krass. Er ist gestolpert. Ui. Wo ist dein Mate? Ja, die suche ich auch gerade. Ah, da links ist dieser. Du wirst es mir zumindest nicht glauben, aber... Meine Munition ist fast leer. Nee, das glaube ich jetzt tatsächlich mal nicht. Weißt du was? Das interessiert mich nicht wirklich, weil ich habe noch Unterschar-Munition. Ja, der war anscheinend krass, ich weiß auch nicht. Was? Was? Lebezeitver. Gewerkel. Leere Lunge. Okay. Bist du noch einer, oder was ist jetzt? Hallo, seht ihr mich? Könnt ihr mal schießen? Scheint nicht zu sein. Ich muss es mal heilen. So, ich muss jetzt auch erst mal ein paar Menschen looten. Weil mein... Verband ist geduldet. Oh, da kommt noch einer. Oh, das war der letzte Schuss, den ich hatte. Andi, ich habe wieder eigentlich eingesammeltes hier. Ich brauche Munition. Ich brauche Munition. Acht Gewehr-Munitionen gefunden. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Sechs Gewehr-Munitionen, ein Verband. Aber ich weiß nicht, was dein Problem ist, du? Ich habe jetzt zwei Leichen gelootet, 16 Schuss. Äh, 18 Schuss. Ja, Schuss ist tatsächlich auch gerade das geringe Problem. Ich suche jetzt gerade Verbandkasten. Warte mal, blem auf Abstand. Alter, ich... Da steht Laster zerstört. Ich lese Laser zerstört. Ja, man kennt's. Schwierig. Stielhandgranate gefunden. Ein Gefängnis des Himmels? Ich finde diese Sammelobjekte auch so geil. Sie interessieren halt so wirklich gar nicht. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an Ubisoft-Sachen. Weißt du, wenn du da irgendwie so Sammelobjekte hast... Die haben so den Reiz verloren, weiß ich nicht. Die sind so uninteressant. Die haben null Mehrwert. Die sind nur da, dass du sie sammeln kannst. Ist ein bisschen name. Ja. Deswegen interessiere mich auch nicht. Also Nebenquest, da bin ich noch vielleicht ein bisschen dabei. Weil hier gefühlt kein Unterschied zwischen Haupt- und Nebenquest, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, da hinten läuft noch ein Gegner. Ah, gut. Sie müssen eine Explosion hier stattfinden lassen. Was haben wir da? Ein Brief oder... Oh, eine Tellermine. Wahnsinn. Digga, ich schieße in seinen Kopf und der stirbt nicht. Wie willst du ihm das erzählen? Der Leichnam des abgestürzten Piloten. Ich muss an die Filmdose ran. Was für eine Filmdose? Diese Aufnahmen könnten unbezahlbar sein. Hast du ihn gefunden? Ich habe irgendwas gefunden, was wir finden sollen, glaube ich. Okay, weil ich hab gesagt, ich hab ihn irgendwo gesehen und auch nicht gesehen. Stark, ne? Ja, dann gehen wir jetzt noch mal ganz kurz zum Flugzeug. Also das, was da hinten ist noch. Wo genau kommen die ganzen Keks jetzt hier eigentlich? Ja. Haben wir hier gerade eben so laut rumgeballert und jetzt kommen die plötzlich, weil wir hier hochgelaufen sind? Mal an. Alter, wie kann der noch leben? Den steche ich ab jetzt. Sterbe. Erstmal... War Crimes begehen hier in dem Spiel. Ja, wer nicht reden kann, ne? Das ist dann auch kein War Crime. So, dann hat er die Schnauze halten. Okay. Oh, hier sind viele Gegner. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Nein! Hallo! Steh doch auf, du Hurensohn! Oh, jetzt, du Ong! Wo kommt denn die Wut plötzlich her? Der Kek hat sich verbunden und ich wollte das nicht und dann hört er einfach nicht auf. Der lässt sich die ganze Zeit weiter beballern. Mhm. Da stecken aber Aggressionen drin. Du, die hat man richtig gefühlt. Naja, das war noch harmlos. Die finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Ach, mit mir schon. Die stecken tief. Diese Rauchfahrer sieht wichtig aus. Vielleicht sind die alle schon tot? Jo. Hm. Schade. Einer unserer Aufklärungsmaschinen. Ein Prototyp. Die Nazis dürfen die Wrackbeine nicht finden. Ich muss sie zerstören. Aber wie? Ich muss sie zerstören? Aber wie? Der daneben explodiert gerade der Laster. Sie wird sehr netzlich sein. Was denn? Wo ist denn das denn? Aber wie? Weißt du? Rucksackladung. So wie alles. Einfach eine Rucksackladung dran. Das macht bumm. Oh ja, natürlich. Jetzt wo wir was gemacht haben, können wir natürlich wieder Gegner. Klassiker. Alter. Ich wollte gerade schießen hier. Ich auch. Ich bin gerade im Scope. So wie zum Flugzeug fahren. Guten Treffer. Hallo. Ja. Egal. Haben sie Probleme? Ja. Also ich bin ehrlich, ich finde es immer noch fast ein bisschen zu einfach. Ja. Ja, ich muss es mir halt gerade komplett hoch halten. Weil wieder meinen Fluss nicht getroffen hat. Also man kriegt zwar hier und da ein bisschen Damage, aber rein vom Gameplay her sind wir jetzt auch nicht wirklich vorsichtig, sag ich mal. Muss man immer dazu sagen. Und dafür finde ich es irgendwie ein bisschen zu einfach. Ja. So was doch vielleicht auf komplett krass Experte stellen? Kann man ja. Wir machen. Wir können es mal probieren. Ja. Also das Einzige, was halt echt ist, ist, man muss mal ein Medikit mehr fressen. So. Man muss generell mal ein Medikit benutzen. Ja, aber das ist halt nicht schwer. Das ist halt einfach nur... Die macht halt mehr Schaden. Das ist halt, weiß ich nicht. Das ist ja kein Schwierigkeitsgrad wirklich, finde ich. Also ja, es macht es im Prinzip schwieriger, aber... Das ist ja das Weichen wie bei Strategiespielen. Es wird einfach nur mehr, heißt nicht, dass es schwieriger wird. Wenn ihr ein besseres Movement hätten und besser sich irgendwie auf dich einstellen. Und nicht einfach nur auf dich zulaufen und sowas. Und wir sollen richtig taktisch vorgehen. Gruppen bilden oder sowas. Also halt wirklich schwieriger werden. Das hätte ich gerne. Ja. Ich drehe übrigens mal um. Weil wir jetzt fertig sind. Achso, leuchte ich mir gerade mal zurücklaufen. Hast recht. Weil so sind die halt einfach genauso dumm wie vorher. Nur halt ein bisschen mehr Damage, also hm. Ja. Und das verstehe ich bis heute nicht, warum das als Schwierigkeitsstufe durchgeht. Das ist ja bei so vielen Spielen so. Finde ich ein bisschen traurig. Ja doch. Mal so einen Shooter haben, wo wir auch Stealth vorgehen müssen. Wo aber auch das Stealth-Spielen geil ist. Was richtig schwer ist. Wo du für Fehler bestraft wirst auch richtig auch. Und das halt trotzdem fair bleibt. Und die Gegner halt richtig klug sind. Also wirklich eine KI, die richtig klug agiert. Das wäre richtig geil. Wo du nicht einfach mich instellst und alle nach und nach wächst. Naja. Da werden wir ja lange nicht vorfahren. Ja, leider. Boah, ist das ein langer Weg. War viel für die längste Mission bisher, glaube ich. Hm. Ha, nicht so. Aber unter anderem auch, weil wir alles machen. Nicht wie vorhin. Komischerweise schnell die Hauptsorge schon noch geschlossen haben. Ja, okay. Das ist mal du, Schuld. Ja, Schuld schmulen, sage ich immer, ne? Hast du mir schon die Schuld zu weisen? Hä, Leute, war denn hier noch ein Typ am Stehen? Haltet ihn auf! Haltet ihn auf! Haltet ihn auf! Ach, der ist da unten. Ja, was. Ach, keine Ahnung. Endlich ist vielleicht ein U-Boot. Äh, ein U-Boot. Ein Panzer. Okay. Sollen wir da jetzt einfach nur Sprayladen dran setzen, oder? Sollen wir da irgendwas besonderes machen? Irgendwas auslegen? Ach, lol. Da kommen voll die krassen Gegner an. Hm. Alter. Junge! Egal, zählt. Reicht. Ey! Inkompetent. Beobachter-Kill. Achso. Ja, wie mache ich den jetzt kaputt? Oh. Das ist traurig. Das ist jetzt nicht so gut. Wir müssen unsere Schnellung halten. Ja, gut. Ich bin gespannt, was passieren wird. Dann kriegst du nicht hin. Wieso krieg ich das nicht hin? Mach ich zu weit weg. Und da steht ein Panzerwagen vor der Haustür. Ja, der sieht mich doch gar nicht. Der ist blind. Wow. Okay. Okay. Dann Respekt. Einfach mal durchrennen. Alter, das ist ja dumm. Ich renne vor ihm. Weißt du so. Irgendwie nicht. Weißt du was? Kann ich das hier so rauswerfen, dass das irgendwie so eine Wand am Fenster prallt? Glauben, so hat das Geld nicht. Ja, einfach mal zu weit werfen. Weißt du was? Ich bin doch eh hier oben. Oh. Loll! Mach doch jetzt sowas nicht. Was? Der pfst ja eh mal die Absperrung drüber. Ach, ist der Idiot, ey. Er hat doch TNT hier, ne? Ich kann das bestimmt terminiert machen. Gönn dir mal das hier, Kumpel. Oh. Äh, Sir. Hat's gereicht? Hat gereicht? Hat gereicht. Der Panzerwagen ist in Fünfer kaputt. Wo ist der Kack? Ich nehme ihn mit. Haltet ihn auf! Nehmt ihn! Achso. Äh, ja. Okay. Hey, man kann nicht durchs Fenster hüpfen. Digga. Wirst du mich freuen? Er hält drei Treffer aus. Drei! Leil. Wie viele hast du ausgebraucht? Zwei? Ja, ich habe einen an dem geschossen. Er hat sich die Treffer ausgehalten, der Kack. Ach, wir müssen da unten Sprengleitung platzieren, neulich. Ich habe das jetzt erst gelesen, weil ich habe das jetzt gelesen. Weil ich einfach komplett irgendwie im Tunnel war. Aber hier ist doch gar kein Tunnel. Alter. Oh, Alter. Boah, der war... Junge, da schieß ich sogar schlicht und voll schlecht. Gradius. Wie immer. Du machst mich fertig, Junge. Aber nicht auf die gute Art und Weise. Eine Leiter. Ja. Wir hätten theoretischerweise noch Steine und sowas zur Verfügung zum Safe spielen. So, weiß ich meine. Ja. Aber? Hm. Ja, so nah kommen wir irgendwie nicht, dass wir die richtig nutzen können. Ich wäre vielleicht nicht mal inkompetent, aber ich würde auch keine Mutationszus machen. Egal. Wir ballern durch. Ähm, also ich habe die Ladung platziert. Ich glaube, wir müssen wir aber auf sichere Entfernung abschießen. Würde ich mal behaupten. Irgendwas ist da drüben. Irgendwas ist da drüben. Ja, dein Toto. Keck. Ah. Bist du höflich. Hä, wo ist denn der letzte Typ? Ich habe jetzt hier überall gesucht. Ich finde den einfach nicht. Ich renne schon mal in Entfernung, damit ich auf die Rucksackladung schießen kann. Ich würde dir empfehlen, dass du mal von der Brücke gehst. Alter, ich bin schon längst weit weg. Also meiner Meinung nach, feel free to explode. Oh, toll. Mein Winkel ist noch scheiße. Uuuuh, feel free. I set you free. Das bringe ich eh wieder Gegner rein. Also, ich habe immer noch keinen Winkel. Alter. Einmal mit einem professionellen Sprengmeister spielen. Wie kannst du Winkel? Ich weiß nicht, wo du es hingelegt hast. Ah. Ich kann ja suchen. Wenn du es dir beschreibst, kriegst du es bestimmt irgendwie hin. Da ist, an der, an der Mitte ist da so ein Riss in der Bebauung. Mhm. Da ist eine Rucksackladung drin. Die ich nicht sehe. Stark. Ich weiß nicht mal auf welcher Höhe. Ah, da. Du oder ich jetzt? Ich habe geschossen. Okay. Also, ich bin mir sehr sicher, dass ich das getroffen hätte jetzt. Ich habe gerade auch geschossen. Also, keine Ahnung. Dann kannst du mir nur sagen, was du willst, ne. Aber, keiner. Keiner. Wird im echten Leben einen Zug auf der Brücke stehen lassen und auf der Brücke schießen. Nicht? Also, ich kann dieses Spiel einfach nicht ernst nehmen, was das angeht. Es tut mir leid. Muss ich nicht nachvollziehen. Ah, einfach mal einige killst du. Ah. Okay, cool. Hauptsache, ich habe weniger Genauigkeit. Das heißt, ich habe mehr geschossen als du, theoretisch. Und trotzdem... Oh Mann. Ja doch, ich habe mehr Kills, aber weniger Genauigkeit. Also, folglich muss ich ja dann... Selbst wenn wir gleich viel geschossen haben. Wie hast du Munitionsprobleme gehabt, Junge? Indem du immer direkt alle mitgenommen hast, die es es gab. Keck. Ach. Medaillen. Ganz viel. Ja komm, weg damit. Dann machen wir jetzt Schwierigkeitsgrad authentisch. Hardcore. Nur für echte Sniper und Masochisten. Okay. Ist der vorletzte Schwierigkeitsgrad? Es gibt noch Authentisch Plus. Nein, wir sind erstmal authentisch. Also der letzte. Ne, der vorletzte. Ja, du hast aber gerade authentisch gesagt. Hast du nicht gesagt Authentisch und dann Authentisch Plus? Ne, Authentisch Plus ist der letzte. Ja, und ich meine den vorletzten. Ach, Hardcore. Authentisch Hardcore. Okay. Ja. Erhöht die Geschwindigkeit, mit der sich der Feldschicht auf das Ziel einstellt. Ich muss mal kurz den Level 10 Skill nehmen. Geschwindigkeit, mit der sich der Feldschicht auf das Ziel einstellt. Zulässige Gegenstände, wo die Zimmer durchsuchen. Da sehe ich mich. So, neue Gegenstände, klingt sowieso ganz gut. Dann könnte ich jetzt mal hier diese Unterscheidung mit Pistolen... Nicht Pistolen, Munition. Gewehr Munition mitnehmen. Nehme ich mal zweimal mit. Ich habe auch einmal eine gekauft. Ich habe nicht... Warte, oder kann ich nochmal mitnehmen? Ja, ich habe auch zweimal mitgenommen. So Unterscheid Pistolen Munition würde ich auch noch nehmen. Aber... Ja, ich glaube, ich nehme mich auch noch mit. Echt? Nein, du Scheißspielmann. Ich will die Stillangranaten dafür eintauschen. Ja. Nehme ich mit. So, bevor die nächste Runde starte, gehe ich nochmal ganz kurz auf die Toilette pieseln. Und dann hauen wir rein. Auf Hardcore und mit... Ja, wir versuchen es mit Ultraschall Munition. Wenn du nach so bist oder so auf die Auto. Ja, 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 ja. Geben, gehen Sie auf. Vielen Dank. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.